Hallo, liebe Deutschlerner! Ich habe eine wichtige Frage für dich. Ich bereite nämlich die dritte Staffel des Authentic German Learning Podcasts vor. Und in dieser Staffel werde ich Deutschlerner interviewen. Ich werde Deutschlerner interviewen und da frage ich mich natürlich bei der Vorbereitung der Interviews, welche Fragen sollte ich stellen? Und deswegen ist meine Frage an dich. Was würdest du gerne wissen von anderen Deutschlernern? Wenn du anderen Deutschlernern, die es schon sehr weit geschafft haben, die schon ein Niveau erreicht haben, sodass sie Deutsch sprechen können, was würdest du diesen Deutschlernern gerne fragen? Ich werde sie dann für dich fragen. Ich werde sie interviewen und ich werde sie fragen, wie sie es geschafft haben, Deutsch zu sprechen gut genug, dass sie mit mir sprechen können und sodass es auch eine gute Podcast-Episode auf Deutsch wird. Und ja, was ist deine Frage? Was würdest du gerne erfolgreichen Deutschlernern fragen? Dann stelle ich ihnen für dich diese Frage. Ich bin gespannt und danke voraus. Du würdest mir sehr dabei helfen, diese Interviews vorzubereiten. Okay? Danke und bis später!